Hallo, ich bin Markus, ich habe mal vor 15 Jahren Netzpolitik.org gegründet und mache jetzt hier mal die Einführungsworte. Der erste Punkt ist, jedes Jahr haben wir so ein bisschen Konfusion, was ist denn jetzt der Hashtag? Unser Vorschlag ist immer 15NP oder in diesem Jahr 15NP, andere finden DIN19 besser oder NP15. Wir freuen uns, wenn wir uns darauf einigen könnten, das erleichtert nämlich so einiges an Aggregation. Ich weiß nicht mehr so genau, wie es vor 15 Jahren aussah, als ich mit der ersten Version online ging. Im Internet Archive kann man so alte Snapshots finden. Ich vermute mal, das ist erst die zweite Version. Also es gab eine Version davor, aber die ist irgendwo als Screenshot auf irgendeiner Festplatte verschwunden. Vielleicht finde ich sie mal zu einem nächsten Rundengeburtstag. Das startete 2004 als Hobbyblog, Seitenprojekt von New Thinking, einer Firma, die ich damals mit Andreas Gebhardt gegründet hatte und wir wollten Open Source populär machen. Und die Idee hinter Netzpolitik.org war, möglichst viele interessante Links zu sammeln, in einem Überblick zu aggregieren und eigentlich einen Ort zu schaffen, wo man sich für alle netzpolitischen Themen, ja, wenn man sich dafür interessierte, dort hingegen konnte, sie dort vorfand. Weil es gab so einen Ort nicht. Es gab zwar Heise, es gab damals noch Telepolis mit Netzpolitik, aber das war ein Thema von einigen anderen oder von vielen und wir haben es einfach gemacht. Und man muss halt dazu sagen, 2004, da gab es noch kein Twitter, es gab noch kein Facebook. Man brauchte einen Blog, wenn man quasi nicht mit HTML irgendwelche Links ins Internet setzen wollte, was noch viel schwieriger war. Und die Nullerjahre, die waren halt eine schöne Zeit. Das war eine riesige Spielwiese. Soziale Medien standen in den Startlöchern. Im Journalismus drückten alle irgendwie Knöpfe, ohne zu wissen, wie das genau funktioniert. Und so druckten wir auch Knöpfe und waren ganz interessiert zu schauen, wie sich Politik durch das Internet auch verändern kann. Wir waren auch früher ein bisschen aktivistischer drauf. Das war so eine Aktion bei der Popcom, die es damals noch gab, am Sony-Stand zum Thema Kopierschutz, Digital Rights Management. Eigentlich hatte ich auch nie geplant, dass aus Netzpolitik.org mal ein journalistisches Medium wurde. Das wurde es mit der Zeit. Über die Jahre entwickelte sich Netzpolitik.org zum zentralen Knotenpunkt für alle Themen rund um Digitalisierung, Netzpolitik, Bürgerrechte. Wir hatten immer mehr freie Autoren, die mitschrieben, wenn sie Zeit und Lust hatten. Wir konnten damit ganze Spannbreite netzpolitischer Debatten bei uns abbilden, auch die Proteste, die es gab. Und wir wurden immer mehr von Aktivisten zu Journalisten. Das war so die Zeit ab 2011, dass das Design dann so aussah. 2015 sah das Design mal kurze Zeit so aus. Da hatten wir so eine kleine Auseinandersetzung mit dem Generalbundesanwalt. Unsere Server fielen im Sommer die ganze Zeit zusammen. Unser Admin war im Urlaub, weil eigentlich wollten wir auch Urlaub machen, aber hatten eine Ermittlung wegen Landesverrat an der Backe. Wir haben damals viel gelernt, unter anderem, dass wir bessere Server brauchen. Die haben wir jetzt. Aber wir haben auch gelernt, dass wir eine starke Community haben, die uns unterstützt, wenn wir Probleme haben. Das ist toll. Deswegen danke. Eines unserer Motti ist dabei schon lange. Uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch, wenn es notwendig ist, weil eine gesellschaftliche Relevanz da ist und eine Veröffentlichung hilft, Licht ins Dunkle zu bringen. Auch damit Lesende unsere Arbeit besser kontrollieren können und die Öffentlichkeit mit den Quellendokumenten ebenfalls arbeiten kann. Und dafür haben wir noch ausreichend Platz auf dem Server. Journalismus verändert sich. Trotzdem berücksichtigt die Rechtsprechung vor allen Dingen noch, dass journalistisch arbeitende Menschen vor allen Dingen Pressefreiheitsprivilegien haben, wenn sie überwiegend damit ihr Geld verdienen. Und in Zeiten einer ökonomischen Krise des Journalismus ist das reformbedürftig. Und unsere Geschichte, also die Geschichte vor Landesverrat zeigt, dass man auch journalistisch arbeiten und auch journalistische Preise gewinnen kann, ohne sich damit finanzieren zu können. Und dafür brauchen wir einen besseren Schutz. Wir brauchen besseren Schutz für all die Menschen, die journalistisch arbeiten, die Licht ins Dunkle bringen, sich vielleicht noch nicht komplett dadurch finanzieren können oder überwiegend finanzieren können, aber einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Und dafür kämpfen wir auch. Mittlerweile sehen wir so aus, ist alles schöner geworden. Wir sind in 15 Jahren nicht nur eines der größten unkommerziellen Medienprojekte im deutschsprachigen Raum geworden, sondern auch zu einem wichtigen Sprachrohr für Grund- und Freiheitsrechte. Und was wir von Anfang an gemacht haben, wir sind ein Frühwarnsystem für kommende gesellschaftliche Debatten über die Digitalisierung. Ob Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität, ACTA, Upload-Filter oder Staatstrojaner. Unsere Leserinnen und Leser wissen mit als erste, welche Debatten in den kommenden Jahren größer werden. Und wir bleiben dran. Das ist auch notwendig, wenn man sich zahlreiche Debatten der vergangenen 15 Jahre anschaut. Nur mal ein Beispiel. Die Vorratsdatenspeicherung wurde 2005 auf EU-Ebene beschlossen. Damals hatten wir schon ein Jahr darüber berichtet. 2008 in Deutschland eingeführt, 2010 wieder dank dem Bundesverfassungsgericht abgeschafft. 2014 kam der Europäische Gerichtshof, was die große Koalition aber nicht hinderte, sie 2015 wieder einzuführen. Seit 2017 liegt sie auf Eis und soll trotzdem wieder eingeführt werden. Wir haben den kompletten Prozess begleitet, bleiben selbstverständlich weiter dran. Denn aus unserer Sicht ist es nicht akzeptabel, wenn alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht gestellt werden und unsere Daten anlasslos gespeichert werden. Und unseren Output sieht man nicht nur in unseren Artikeln. Wir werden häufig von anderen Redaktionen als Experten angefragt, um aktuelle Entwicklungen zu kommentieren. Das kommt recht häufig vor, vergrößert unsere Reichweite und wir können unseren Eltern zuwinken. Wir unterstützen mit unserer Expertise, Erfahrung, wissen gerne und häufig auch andere Redaktionen, wenn sie uns freundlich anfragen, wir gerade Zeit haben und ihre Recherchen spannend finden. Und wir vertreten Aspekte von digitalen Grundrechten in der Öffentlichkeit und auch gegenüber der Politik direkt. Und wir sind nicht allein. Wir unterstützen und helfen Menschen, Initiativen und Organisationen, die sich für netzpolitische Fragestellungen interessieren. Was uns sehr freut, mit uns und um uns herum hat sich ein riesiges Ökosystem gebildet, was unter dem Begriff digitale Zivilgesellschaft zusammengefasst werden kann. Und heute Abend ab 20 Uhr werden wir hier einen kleinen Ausschnitt im Rahmen der Garde der digitalen Zivilgesellschaft präsentieren und viele andere Menschen mitfeiern, die eine großartige Arbeit machen. Und wir sehen es immer noch als eine unserer Kernaufgaben, zivilgesellschaftlichen Kräften dabei zu helfen, ihre Stimme zu erheben. Auch um der massiven Lobby- und PR-Übermacht der großen Industrielobbys gemeinwohlorientierte Stimmen entgegenzusetzen. Und wir kämpfen für eine stärkere digitale Zivilgesellschaft. Dazu gehört auch eine bessere Förderung. Vor allen Dingen kämpfen wir aber auch dafür, dass der digitalen Zivilgesellschaft zugehört wird. Es ist schon etwas absurd, wenn unsere Landes- und Bundesregierung viel Steuergelder für externe Berater ausgeben, die schöne PowerPoint-Folien bauen können. Aber gleichzeitig auf den Input der digitalen Zivilgesellschaft gerne verzichten und häufig gar nicht daran denken, sie einzubeziehen und zu fragen. Wir haben 2019. Das muss ich mal endlich ändern. Wir finden, dazu gehört auch eine informierte Öffentlichkeit. Gesetzesentwürfe wurden früher vor allen Dingen hinter verschlossenen Türen verhandelt. Nur wenige Menschen mit Zugang zu Entscheidungsträgern hatten einen Einblick, was da gerade vorbereitet wird. Das waren in der Regel gut informierte Lobbys. Durch das Netz werden diese Prozesse transparenter. Wir veröffentlichen schon relativ lange Gesetzesentwürfe, die in Berlin kursieren, die viele schon haben, um hinter den Kulissen einzuwirken, weil wir finden, die Öffentlichkeit sollte damit diskutieren. Es ist schon ein bisschen absurd, dass in der Öffentlichkeit über den Entwurf des Inter-IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 nur aufgrund unserer Leaks diskutiert wird und andere Ministerien sich in der öffentlichen Debatte darauf beziehen, was bei uns zu finden ist, obwohl das Innenministerium diesen Entwurf, der halt kursiert, selbst hätte online stellen können. Und hier könnte die Bundesregierung gerne mal ein bisschen mehr Open Government wagen und die Referentenentwürfe gleich selbst ins Netz stellen. Bis dahin helfen wir gerne. Das war übrigens der erste Gesetzesentwurf, den wir 2008 veröffentlicht haben, das BKA-Gesetz mit so Sachen wie Online-Durchsuchung und mehr Überwachung. Ja, das waren wir vor fünf Jahren. Aus dem aktivistisch motivierten Hobbyprojekt ist über die Jahre eine feste journalistisch arbeitende Redaktion geworden und wir haben darüber hinaus noch sehr engagierte ehrenamtliche Redakteure wie Leonard Dobusch oder Matthias Monroy und viele Gastautoren, die uns dabei unterstützen. In den letzten Jahren sind wir zum Glück auch ein bisschen gewachsen. Das war noch halt vor Landesverrat, das war danach. Das ist auch dringend notwendig, denn Netzpolitik ist kein Randthema mehr. Also früher freuten wir uns, wenn der Bundestag einmal im Monat über ein netzpolitisches Thema diskutierte oder die Tagesschau mal ein netzpolitisches Thema dabei hatte. Heute kommen wir in den Sitzungswochen kaum noch hinterher, weil eigentlich sämtliche Ausschüsse inklusive Tourismusausschuss netzpolitische Fragestellungen im Bundestag diskutieren. Auch in der Tagesschau ist es eigentlich fast jeden Tag. Und Netzpolitik findet auf den Titelseiten der Zeitung statt, die es immer noch gibt. Ja, und wo auf einmal unsere Themen dabei sind. Aktuell sind wir 16-köpfige Redaktionen geworden, verteilt auf 10,8 Vollzeitstellen und werden weitgehend durch Spenden finanziert. Arbeit gibt es mehr als genug, weil Netzpolitik ist in der Gesellschaft in der Mitte angekommen. Viele bedeutende gesellschaftliche Fragestellungen der Gegenwart und Zukunft spielen sich in unserem Bereich ab. Aber eine andere Debatte ist mindestens genauso wichtig. Mit den Auswirkungen der Klimakrise kommen neue Gefahren für Grundrechte. Und mit kaputten Ökosystemen brauchen wir auch keine Netzpolitik mehr. Auch deshalb widmen wir heute dem Thema viel Aufmerksamkeit und schaffen prominent Platz auf der Hauptbühne mit der Klimashow voller Halle hier um 18 Uhr und der Klimaforscherin Maja Göppel im Anschluss, die über die Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen wird. Und wir unterstützen den Klimastreik am 20.09. im Netz mit unserer Stärke und auf der Straße. Kommt auch. Wir haben den Anspruch in Fragen unserer Finanzierung, so transparent wie möglich zu sein, weil Transparenz fordern wir auch von anderen ein. Deswegen bemühen wir uns, so transparent wie möglich zu sein und damit auch einen Standard zu setzen, dass alle spendenfinanzierten Medien selbstverständlich so transparent wie möglich sein sollten. In der Regel sind sie es nicht. Das machen bisher nur wenige. Hier seien auch die Taz und Korrektiv als weitere Leuchttürme genannt. Und das ist übrigens unser erster Transparenzbericht zum Start unsere Spendenmodell 2013. Damals nahmen wir noch keine Spenden ein, machten 4.000 Euro Minus. Das wurde alles damals über meine Firma querfinanziert. Das war aber dann ja nicht mehr zukunftskompatibel. Seitdem werden wir von einer tollen Community finanziell unterstützt und können unsere Zeit reinstecken, für euch, mit euch zusammen über Netzpolitik zu berichten und Sachen aufzudecken. Mittlerweile erreichen wir auch in vielen Monaten unser Gesetzes-Spendenziel, auch wenn wir am Ende manchmal zittern müssen, aber vor allen Dingen rund um Weihnachten immer schön unterstützt werden, wie man hier an dieser hohen Beule sieht. Hier ist nochmal unser aktueller Spendenbericht. Wir haben auch im Moment noch ein bisschen Glück, dass wir noch ein paar Bitcoin-Reserven hatten, weil als gemeinnütziger Verein ist es gar nicht so trivial, auf irgendwelchen internationalen Börsen Bitcoins zu verkaufen, weil spätestens nach zwei, drei Transaktionen kommt dann die Geldwäsche-Checkfrage und man schickt dann seine Schreiben der Gemeinnützigkeit auf amerikanische Plattformen hoch und wird sofort gesperrt, weil die damit nichts anfangen können. Aber wir bemühen uns immer weiter und noch haben wir zum Glück Reserven, die das Minus auch manchmal ein bisschen auffedern und zum Glück ist der Preis sehr hochgegangen und nicht niedriger. Aber einige Sachen haben sich übrigens nicht geändert in 15 Jahren Netzpolitik.org. Als ich 2001 nach Berlin kam, freute ich mich über 16 Megabit DSL. In meiner aktuellen Wohnung habe ich 16 Megabit DSL. Ob das so bleibt, hören wir vielleicht später vom Chef des Bundeskanzlerabends, Helge Braun, mit dem ich hier um 14 Uhr diskutieren werde. Was neu ist, wir haben mittlerweile auch einen Shop, dort gibt es Merchandising. Wir haben heute auch mal den Shop offline hier aufgebaut im Foyer. Ja, auch damit kann man uns mittlerweile unterstützen. Und wir haben uns gestern einen kleinen Geburtstagswunsch erfüllt. Wir sind mit dem Beamer rumgefahren, um diejenigen daran zu erinnern, unsere Grundrechte zu sichern, die politischen Entscheidungen treffen. Das war hier das Kanzleramt. Und eigentlich ist ja unser Slogan, Fight for your digital rights. Damit seid auch ihr gemeint, gemeinsam mit uns für digitale Grundrechte zu kämpfen. Aber wir dachten halt, wenn wir schon mal im Kanzleramt sind, könnten wir das vielleicht auch falsch verstehen. Wir haben ihnen eine extra Botschaft geschickt. Fight for our digital rights. Und als wir da schon mal standen und uns wunderten, dass keine Polizei kommt, haben wir noch dance for digital rights drauf projiziert. Ja, und dann sind wir noch weitergefahren, haben Bekanntschaft mit der Bundestagspolizei in dem LKA 5, also dem Staatsschutz in Berlin gemacht. Uns ist da an dem Abend nichts passiert, außer einer Stunde in der Kälte rumstehen. Es wurden nur Personalien aufgenommen. Die haben eine halbe Stunde lang debattiert, ob sie uns alles beschlagnahmen sollen, ob wir festgenommen werden. Dann ist alles wieder fallen gelassen worden. Aber die Bundestagspolizei hat mir eine Strafe angedroht, wenn ich das Foto davon veröffentliche. Aber wie sagte doch der ehemalige BND-Präsident Schindler zur Frage, ob der Ausbau der Massenüberwachung grundrechtskonform sei? No risk, no fun. Das ist das eine Bild. Wir freuen uns auch schon darauf, im Zuge einer möglichen rechtlichen Auseinandersetzung die projizierten Messages diskutieren zu können. Und solidarisieren oder ja, finden da die Aussage des früheren Bundestagspräsidenten Lammertoll, der meinte, 2016 es herrsche Meinungsfreiheit und deshalb sei es auch am Reichstagsgebäude möglich, politische Meinungsartikulation ohne kommerziellen Hintergrund zu projizieren. Und deswegen haben wir das einfach gemacht. Massenüberwachung stoppen, Grundrechte sichern auf dem Gelände des Bundestages. Heute Abend feiern wir 15 Jahre Netzpolitik.org mit einer Party im Anschluss an diese Konferenz. Bis 22 Uhr sind wir hier, haben Programm. Ab 19 Uhr kann hier auch jeder kostenlos rein. 22 Uhr stoßen wir dann an, dann fahren wir ins Menschmeier. Da kommt man relativ bequem mit der Tram hier ab Rosa-Luxemburg-Platz bis Landsberger Allee hin und dann noch zehn Minuten laufen, wo dann ab 23 Uhr die Aftershow-Party mit einem vielfältigen Musikprogramm losgeht. Mit eurem Badge erhaltet ihr dort freien Eintritt. Also nicht verlieren, wenn ihr zur Party wollt, weil sonst müsstet ihr zehn Euro bezahlen oder gucken, ob ihr euch reinlabern könnt, was wahrscheinlich nicht so ganz einfach ist. Ja, letztes Jahr hatten wir mehr Sonne. Dafür haben wir dieses Jahr auch wieder diese schöne Bemalung der Volksbühne. Wir freuen uns auch immer hier sein zu können, weil wir gehen auch gerne hier in der Kantine essen. Wir sind hier auch nur fünf Minuten entfernt mit unserem Büro. Hätte Surkamp da nicht noch gerade so ein hohes Gebäude dazwischen gebaut, könnten wir sogar noch hier weiterhin aus unserem fünften Stock drauf schauen. So schauen wir jetzt auf Surkamp. Und es ist Zeit, Danke zu sagen. Also erstmal nochmal Danke an die Volksbühne, dass wir hier sein dürfen. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Ihr werdet das Gebäude auch noch besser kennenlernen heute. Hier ist das Foyer, wo Meetups stattfinden. Dort drüben ist das Foyer, wo Wikimedia und andere Ausstellungen zu finden sind. Vorne am Eingang könnt ihr für den Transparenz, ja Transparenzabstimmung unterschreiben. Und ja, es ist Zeit, noch mehr Danke zu sagen allen Autorinnen und Autoren, allen, die im technischen, im Darstellenden oder im Verwaltungsmaschinenraum mitgeholfen haben, allen ehemaligen Praktikanten, von denen auch einige Redakteure geworden sind, allen Journalistinnen und Journalisten, die bei uns berichtet haben oder unsere Expertise angefragt haben, allen Quellen, ohne die wir viele Storys nicht hätten schreiben können und die oft persönliche Risiken in Kauf genommen haben, um das Licht ins Dunkle zu bringen und mitzuhelfen, gesellschaftlich relevante Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Danke an alle Initiativen und Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Allen Spenderinnen und Spendern, die uns ermöglichen, dass wir viel Zeit in unserer Arbeit stecken können. Danke an alle, die unsere Arbeit in den letzten 15 Jahren einfach nur unterstützt haben. Und wir sagen, eine lebenswerte digitale Gesellschaft, die das Gemeinwohl in den Vordergrund stellt, ist möglich. Insofern viel Spaß.